Sonntag, 13. Juli 2014. Hier ist RTL Aktuell mit einer Sondersendung. Deutschland ist Fußball-Weltmeister. Das Team von Jogi Löw war bereit wie nie und setzte sich im Endspiel in Rio de Janeiro 7 zu 0 gegen Brasilien durch und gewann den vierten WM-Titel der Verbandsgeschichte. Die Tore erzielten dreimal Poldi, dreimal Schweini und in der Verlängerung dann dreimal Neuer.